Da muss was alles losgehen, ey. Verdammt. Das ist ein unfair, der Erfassbarung. Die Videospielkarte haben wir ja gesagt, ein paar Perfektionen. Ja, fuck. Jo, ich war hinten dran. Sehr gut, Bugs. Bällchen. Ja, stimmt. So ist ja kein E. Ah, umlaut, ne? Biba wird anders geschrieben. Die haben gesagt, wir zählen darfst, auch wenn es falsch geschrieben wird. Stark, Bugs. Ja gut, viel mehr konnte ich erfahren. Das heißt Bärsen, Brüder. Das wird beides in D geschrieben. Ja, okay. Als YouTuber war ich echt unfair, Mann. Bist du nicht draufgekommen? Ich war nicht so weit, bis ich gemerkt habe, dass es schon losgeht. War ich noch ein bisschen am Träumen und so, oder? Ja gut, sieht ja alles eigentlich ganz gut aus. Also ich bin stolz auf den YouTuber, den ich genommen habe. Wahrscheinlich schliebt er da auch. Ach du meinig. Können wir auch auf Englisch? Na. Sonst wirst du auch nicht auf Englisch. Ich bin stolz auf Englisch. Schau nicht. Fuck. Fuck. Keine Ahnung. Fuck. 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 Das ist echt schwierig. Ich rufe ich lieber mit V. Schwierig. Gehe überhaupt irgendwas mit V. Ich rufe ich lieber mit V. Habt ihr das, seid ihr fertig? Ich weiß nicht, ob ich finde. Nein, ich habe mich verschrieben. Nach Vatikanstadt. Ja, war schon. Dankeschön, ich liebe euch. Filme, Serien, verdammt. Ich bin es in irgendeinem Fall, Mann. Junge vom Winde verweht, ist stark, oder? Ja, das ist echt gut. Gibt es aber auch wirklich noch. Ja. Violette Traube. Also Vogelstrauze um Letters gibt es ja wohl. Ja, bestimmt. Ja, Pac, violette Traube gibt es ja auch. Die gibt es ja. Es fängt schon wieder an. Stopp. Anstrengen. Alles klar. Okay, Pac gibt es auch nicht. Nee, mach es nicht. Ja, es ist auch fair. Willi will es wissen. Das ist nicht so am Leben. Ja, ganz schön. Also, es gibt Willi will es wissen. Kennst du es nicht? Mit W. Nein, mit V. Mit W. Nein. Das hast du, ja, du hast es nur falsch gelesen. Es wird mit V geschrieben. Ja, ja, ja. Vergammeltes Gemüse. Und Violette Traube gibt es auch nicht. Also, ich, soll ich dir mein vergammeltes Gemüse zeigen? Das gibt es wirklich. Ich will was essen. Ja, klar, so Spielzeug im Heavy-Mail. Ich sehe jetzt Vogelstrauß-Filet auf der Pizza. Wie viel Violette Traube auf der Pizza. Beides nicht. Hallo, was Gesundes für die Pizza? Was wünschst du noch mehr? Ich schuldig, darfst du nicht? Ja, ja, das ist richtig gut. Ja, ich bin weggewinnt. Ja, auch, okay. Dankeschön. Wann ist die Runde schon? Drei Runde, oder ne? Ich glaube, es war aber jetzt. Ah, ja, gut. Und jetzt? Ich glaube, es war ein bisschen aus. Ja, gut. Und jetzt? Ja, jetzt? Ich glaube, es war ein bisschen aus. Ich glaube, es ist ein bisschen aus. Ich glaube, es ist ein bisschen aus. Wann ist das nicht aus? Vielen Dank. Vielen Dank. Jawoll. Das ist ein Bärfilet. Komm Junge. Die armen Nasenbären. Wer ist denn Nick? I don't know. Left for the 2. Gibt es den YouTuber-Notal-Pedal? Ja klar, es gibt doch... Oder den Zollgaston-Stream? Ach, sorry. Das war so gut, das muss ich nicht machen. Obst und Gemüse, Nuss, Milch, Nüsse. Ich kann auch. Die Zollgaston-Figur auch. Wer ist denn Nils-Nickerchen? Und... Also Nutella zählt ja wohl auch nicht. Ja, aber kannst du ja mal probieren. Rute. Wer ist denn Nils-Nickerchen? Ey, das ist so ein komisches Schaf. So Schaf-Figur. Die gab's also nicht im Happy... Jaja, gut. Die gab's aber im... Im Ui. Und was im Ui ist, gibt's bestimmt auch immer genug. Okay, lass ich mal durchgehen. Aber Nutella geht ja mal gar nicht auf der Pizza. Egal. Das ist ein interessanter Geschmack. Es gibt doch diese, äh... Schokoladen-Nachtisch-Pizza. Was, was, Nutella-Pizza? Ja, dann gibt's auch Nüsse. Ja, ist doch egal. Ich weiß, wir haben schon, äh... Genauso. Stark, wachs, stark. 180 Punkte. Jo, ich bin wieder rein. Oh, falls ich die erste Runde gar nicht mitspielt hab, ne? Klasse. Komm, wir machen mal wieder mit zufälligen Kategorien. Ah jo, nächste Runde.